so geht das guck mal hier eine forelle nach der anderen so muss das so bringt das laune das ist der rosenweiher das ist live nur für euch dabei schöne sommerforelle so macht das spaß dann läuft der nächste die haben sich gefangen die beiden aber das ist nun mal so ja ohne ende das wohl schmeckende forellen in premium qualität überwiegend rotfleischig so geht das hier am rosenweiher freunde zurzeit kommen hier schöne laxforellen rein und goldforellen bis drei kilo das ein oder andere exemplar ist schon raus das ist aber eine normale hier trotzdem hat sie schön dampft wie ihr seht wieder eine verhaftet so muss das das ist sogar eine sehr schöne sich sie wunderbar